sas euro bonus gold hat eine vierfach promotion ich erzähle euch in der heutigen ausgabe wie ihr diese vierfach promotion nutzen könnt um noch schneller zum starlines gold oder zum sas gold oder sogar diamond zu kommen ich gebe euch auch am ende ein beispiel für ein routing auch ein routing vielleicht wo ihr nur zweimal fliegen müsst um diese segmente zu schaffen also bleibt einfach dabei und es geht direkt nach dem intro los wie immer bei jedem video könnt ihr mir einen like da lassen ein dislike da lassen oder aber wenn ihr der meinung seid dass sie ein kommentar lassen wort oder eine frage habt zögert nicht unten in den show notes diese reinzuschreiben und ich gehe natürlich direkt darauf ein jetzt lasst uns direkt auf die promotion eingehen worum geht es und zwar die sas euro bonus status promotion die status promotion sind vierfache status punkte beziehungsweise status segmente wie ein ja die man in einem zeitraum vom ersten april bis zum 30 juni erfliegen muss na ja fliegen müsst ihr sie nicht ganz aber dann ist wenn es die vierfach promotion gibt und da ist es am einfachsten diesen zu erfliegen wie lange geht der status ganz einfach der angebrochene zeitraum von eurer qualifikation ist also nicht wie bei lufthansa von januar bis ende dezember sondern immer damit zusammenhängt wann ihr euch angemeldet habt oder wenn ihr euch anmelden werdet aber dazu werde ich euch gleich noch was sagen plus natürlich zwölf weitere monate so ist es möglich dass man den status mindestens zwölf monate plus ein bisschen hat oder sogar maximal 24 monate wie geht das ganze einfach normalerweise normalerweise ist das so dass man den sas euro bonus qualifizieren kann über die segmente oder über die meilen oder status punkte das macht man ähnlich wie bei lufthansa ich zum beispiel habe das erflogen mit dem lufthansa first class special da habe ich 45.000 punkte erflogen sind also der gold status mit einem flug das war damals von stockholm unabhängig ob es von stockholm war über frankfurt münchen nach singapur und zurück so wenn ich richtig kapituliere aber wie ist es jetzt ganz einfach so dass ihr normalerweise halt die 45 segmente braucht weil das ist im moment einfacher zu erfliegen sogar billiger zu erfliegen als die status punkte dann platin könnt ihr mit 90.000 normalerweise machen und oder 90.000 wenn ihr das aber jetzt erfliegen wollt ist es einfach im prinzip so einfach dass ihr nur das viertel davon also ein viertel weil ihr kriegt vierfache meilen davon braucht heißt also ihr braucht aus dem normalen bereich dann könnt ihr teilen zehnmal heißt also drei flüge haben geht natürlich nicht also ihr müsst wenn ihr drei flüge macht das mit vier dann seid ihr drüber also segmente dann bei gold sind 45 das wäre zwölf oder wenn ihr dann 90 segmente normalerweise fliegen müsst sind es diesmal 23 segmente um genau zu sein 22,5 um den diamond status zu bekommen und ja der status gilt ganz normal also das heißt es gibt da keinen unterschied in der behandlung er gilt halt wirklich ein ja ihr könnt wenn ihr den diamond sogar erfliegt könnt ihr auch den status vergeben genau wie beim gold ja auch also ihr könnt beim diamond den gold status vergeben und beim normalen gold status könnt ihr den silber status vergeben anmeldung muss man nicht machen warum ganz einfach weil diese anmeldung ja nicht erforderlich ist die promotion gilt für jeden dann als nächstes ist ihr müsst nicht alles im zeitraum erfliegen das heißt also wenn ihr sagt hey ich habe aber keine zeit im april ich habe nur zeit im mai oder im juni und ich schaffe da auch nicht alles auch kein problem allerdings müsst ihr dann danach in eurem zeitraum kommt immer darauf an wie lange euer zeitraum gilt dieses dann erfliegen aber ohne den booster das heißt also wenn ihr es schon erflogen habt teilweise dann ist das euer boost eure basis von der ihr aufbauen könnt aber ich empfehle es ist es wirklich so einfach mit zwei flügen zu machen ihr werdet an dem beispiel sehen dass ihr das ganze in den drei monaten abhandeln könnt dann wichtig ist es gilt nur auf flügen von der sass und weitere ganz genau das heißt ihr könnt nicht mit lufthansa fliegen so wie ich das damals gemacht habe nach singapur sondern ihr müsst es wirklich mit sass machen und weitere ganz einfach buchungen die ihr gemacht habt gelten auch egal welcher kanal das heißt also ob ihr auf flysass.com gebucht habt oder ob ihr auf ein online reisebüro gebucht habt risebüro genau risebüro expedient oder wie die anderen OTAs einfach heißen und natürlich ganz wichtig wirklich ich sage es deshalb noch mal april mai juni in diesen drei monaten gilt dieser meilen boost welche punkte erhalte ich während der kampagne ganz genau die basis punkte bekommt ihr ganz normal dann gibt es zusätzlich dreimal diese basis punkte die werden aber nicht separat ausgewiesen heißt also zum beispiel wenn der ticketpreis 500 basis punkte bringen sollte dann kriegt ihr zusätzlich 1500 was dann zusammen 2000 punkte wären ist für uns nicht so ganz interessant weil ich denke über die punkte option werdet ihr das zwar auch erreichen können aber es wäre über die segmente im moment wirklich einfacher zu machen als gold und diamond kriegt er natürlich auch mehr aber ich sage es euch mit den punkten einfach falls jemand wirklich längere strecken fliegt dann kann sich das durchaus rechnen aber im moment ist es halt wirklich schwierig da eine weitere strecke zu fliegen also zum beispiel wenn man dann 25 prozent kriegen soll sind das halt noch mal 500 basis punkte davon 25 prozent mehr sind 125 625 punkte heißt also dass ihr 1875 status punkte erhaltet insgesamt also 2500 also 2000 die 25 prozent ist wie bei lufthansa fast in dem moment aber dadurch dass die punkte keine prämien meilen sind oder irgendwelche meilen zum einlösen sind könnt ihr die halt wirklich nicht einlösen und ihr seht sie auch nicht heißt also sie werden nur in der anzeige angezeigt aber sie werden unten nicht angezeigt dann wo seht ihr diese qualifizierten segmente und status punkte das ist gerade was ich sagte also wirklich in diesem fortschrittsbalken ganz ganz wichtig sonst seht ihr sie nicht und in der liste der transaktionen auf dem kontoauszug sieht man wirklich auch nur die basis punkte jetzt fragt man sich natürlich wie wirken sich die status punkte und die qualifizierenden flüge auf meinen status aus und zwar für die qualifikationsstufen silber gold und diamond bleiben die voraussetzungen wirklich so wie sie waren ihr müsst die segmente erfliegen ihr müsst die punkte erfliegen aber ihr bekommt halt wirklich diesen booster und in dem fall ist es so dass ihr nur zwölf segmente mit sass oder weiter fliegen müsst um die gold mitgliedschaft zu bekommen also nur drei segmente auch um silber zu bekommen oder wie ich eben schon sagte diese 21,5 22 oder was es ist ich gucke noch mal ganz genau für euch nach damit ich euch da nichts falsches erzähle sind 22,5 also 23 segmente weil halbe segmente gibt es nicht die müsst ihr dann erfliegen also wirklich das ist das wichtige und das spannende dadurch ist natürlich dass da keine verminderung ist oder sowas dass ihr noch am jahresende halt das wirklich erfliegen könnt und es nur ein booster ist für euch viele von euch sammeln ja das ganze als lifetime status weil sie ein lifetime gold status haben wollen man bekommt bei sass den lifetime status nach zehn zehn ja ganz genau zehn aneinander hängenden jahren diese zehn aneinander hängenden jahre da zählt es rein wer jetzt leider den status verloren hat weil er letztes jahr nicht geflogen ist und genau diese märz geschichte gestolpert ist wo der status verlängert worden ist dieses jahr ist er ja auch noch mal verlängert worden der hat leider pech gehabt und muss vorne noch mal neu anfangen also dieses ist wie so ein null counter aber wenn ihr den mit dieser aktion fliegt dann gilt das für die zehn jahre was ganz wichtig ist ist der status der geschenkt worden ist also wenn jemand von euch mit einer diamond karte in der verwandtschaft euch den goldschlag gegeben hat das zählt leider nicht zu den zehn jahren und das ist halt wirklich das problem und jetzt komme ich zu dem thema wo ihr natürlich darauf wartet und zwar beispiele für routings ganz ganz wichtig ist noch mal schweden zum beispiel ist ein hoch inzidenzland das heißt also ihr habt da gewisse verpflichtungen wenn ihr da hinfliegt und da gewesen seid wichtig ist auch ihr braucht pcr tests um zu fliegen kümmert euch vorher darum es kann sich jederzeit ändern das heißt also wir haben hier jetzt im märz natürlich noch andere regelung vielleicht ändert sich das im april mai und juni ich empfehle selber im juni zu fliegen weil da auch die preise besser sind ihr werdet das gleich an meinem beispiel sehen aber beachtet diese sachen weil es wäre schade wenn ihr die flüge bucht und leider wegen dem passenden oder fehlenden pcr test nicht mitkommen würdet oder wenn ihr zurückkommt dass ihr ärger habt also ihr müsst immer darauf achten je nach bundesland wo ihr herkommt welche regelungen da gerade sind und das kann sich wie wir wissen wöchentlich ändern ein special zum beispiel ist von berlin nach goetheburg warum ganz einfach nach goetheburg fliegen aber man fliegt dann natürlich nicht direkt sondern man fliegt zum beispiel über stockholm oder kopenhagen je nach kombination und in dem fall wo ich berlin nachgeguckt habe fliegt man berlin stockholm und dann nach goetheburg und dann wieder zurück warum diese segmente sind sehr sehr billig im moment kosten 100 9 143 euro 59 cent als return und dann fliegt man wieder zurück dieser flug bringt euch 1 2 3 auf dem hinflug 1 2 3 auf rückflug also sechs segmente ihr braucht ja 12 für den gold start macht ihr ganze zweimal habt ihr also keine 400 euro investiert sind 350 euro mit opportunitätskosten je nachdem welchem hotel ihr übernachtet da kann das natürlich dann noch mal zu höheren preisen kommen das müsst ihr auch mal beachten also es ist ein direkt turn around nicht immer möglich man kann es ausprobieren aber man bleibt meistens immer irgendwo dann stehen und es ist natürlich dann auch preislich immer eine frage weil wenn das ticket dann halt so konstruiert ist wäre das ein problem wer jetzt sagt hey ich habe ich habe falsch gerechnet natürlich habe ich falsch gerechnet das heißt also ihr bezahlt sogar etwas mehr wenn ihr da über den tag also wenn ihr länger bleibt als den tag so was ich euch noch sagen möchte ist ganz einfach ihr könnt für diese 350 euro könnt ihr natürlich das ganze auch abreiten mit den zwölf flügen übrigens ihr müsst es dreimal machen ich war schon beim nächsten beispiel jetzt weiß ich auch warum ich gerade so confused war zwar abgelesen aber dann doch wieder falsch also noch mal also ihr fliegt von berlin nach stockholm nach nach göteborg das sind zwei segmente heißt also ihr müsst es dreimal machen und dann habt ihr es heißt also 150 sind 300 sind 450 plus hotelkosten und so weiter also da haben wir es geklärt aber jetzt das beispiel mit den 350 das wäre zum beispiel berlin oslo stockholm nach göteborg also das heißt ihr würdet dann das segment einbauen könnt ihr leider aber über die saß seite nicht buchen das müsst über ein online reisebüro buchen und dann könnt ihr es zweimal machen und das ganze kostet dann 350 euro zusammen das nur als hinweis ihr könnt die billigste buchungsklasse übrigens nehmen warum ganz einfach wenn ihr die billigste buchungsklasse nimmt reicht es für die segmente ihr braucht ja nicht die status meilen es gibt immer nur weniger meilen aber die segmente zählen egal in welcher buchungsklasse also das heißt economy light als go oder wie der ganze quatsch heißt heißt aber auch im umkehrschluss wenn ihr eine von diesen teuren buchungsklassen der business class nimmt weil ihr sagt hey ich fliege deluxe es zählt trotzdem nur ein segment also insofern das nur als hinweis ich hoffe das war jetzt klar zu viel konfusion zu viel danken in meinem kopf gewesen ich war schon selber gedanklich unterwegs und habe meinen koffer gepackt aber für euch noch mal als fazit es war wirklich noch nie so einfach den status silber gold oder auch deinem bei scandinavien airlines zu erfliegen im euro bonus programm das war ja eh schon einer der aspiranten die man genommen hat um den status und zwar den starlines gold status schnellstmöglich zu erfliegen es ist wirklich der beste und einfachste weg wäre also nicht den senator weg gehen möchte ich persönlich habe den senator und dann den horn circle weg eingeschlagen bin mittlerweile sogar über den senator drüber heißt also für den lohnt es sich wer sagt ich möchte es schnell und easy haben und denkt wirklich dran die promotion gilt wirklich nur im moment april mai juni ob sie verlängert wird wir wissen das nicht und es gilt nur auf metall von sass und weitere ganz wichtig also das heißt es geht nur auf diesen fluggesellschaften und für euch jetzt noch mal der hinweis unten einfach noch mal in den kommentarspalte was reinschreiben like geben dislike geben ich freue mich wenn ihr bei der nächsten ausgabe von frequent traveler tv wieder dabei seid und das wäre dann wie immer weekend update also bis morgen in alter und in frische